Mein Name ist Maik Kluge und auf diesen Rädern wurde ich Kammerwildmeister und deswegen haben wir natürlich da gerade relativ viel Know-How und viel Erfahrung und hier haben wir unser Top Badis Carbon aus der 9er Serie. Das heißt, bei uns haben die Räder jetzt eine neue Modellbezeichnung bekommen, was es natürlich einfacher macht. Die Top Räder, also Carbon, sind praktisch 9, darunter den 7 und 6. Tatsache ein One-By, also das heißt, mit einem Kettenblatt vorne, also ein Schalltiebel damit nur, mit der SRAM Force. Elf Gänge. Wir haben hier auch das Tretlager, ein bisschen höher geht es um einen halben Zentimeter, weil wenn man im Performance-Bereich unterwegs ist, fährt man mit weniger Reifendruck, damit man einen besseren Grip hat, eine bessere Kontrolle. Leicht dämpfenden Sattelstück jetzt einfach, um da einen gewissen oder besseren Komfort zu haben, bessere Traktion und eine höhere Kurvengeschwindigkeit. Hüttalken 5 5 5 Vielen Dank.